Yo, servus, Leandertsch, willkommen zu einem neuen Part Pokémon Gold. So, beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, dass unser Wakti auch noch einen Feuerschlag erlernen kann. Richtig gut. Nehmen wir einmal mit. Dankeschön. Wir nehmen es auch noch einmal mit wegen Tornupto dann später. Und einen Donnerschlag nehmen wir auch mal mit. Ach, ne, kommen wir noch zwei Donnerschläge mit. Weil ich glaube, Tornupto kann auch Donnerschlag erlernen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Aber jetzt können wir mal auf Warti noch die stärkere Attack geben. Weil natürlich in der bis zur dritten, also bis zur vierten Generation wird ja noch nicht unterschieden. Zwischen, ja, zwischen physisch und speziellen Attacken innerhalb eines Types. Also sprich, Elektroattacken waren eigentlich immer, genauso wie Feuerattacken, immer speziell und so weiter und so fort. Welche Attacken soll vergessen werden. Und da tun wir doch einfach mal den Donnerschlag vergessen. Für Donnerschlag. Donnerschlag. Sehr schön. Alles klar. Dann geht es mal weiter mit unserem Abrauch. So. Dass wir das jetzt auch ein bisschen selber trainieren können, ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und ab geht die Post. So. Oh, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ein Inoran. Aber diesmal weiblich. Oh, brah. So. Machen wir da mal so. Eisschlag ganz hoch. Und Eisshieb. Zieht auch ordentlich was ab. Die Attacks nicht so effektiv. Klar, Kampfattacke. Sind nicht sonderlich effektiv. Nochmal Eisschlag. Eisshieb. Heißt ja hier. Alles klar. Und nochmal ein Eisshieb. Und das war's mit dir. Tschüss. Tschüssikowski. Klaus 101. Erfahrungspunkte. So. Ein Nidoran. Männisch. Dann machen wir mal den Donnerschlag. Boah. Das zimmert rein. Das zimmert rein. Abreiß auch nicht das langsamste Pokémon. Also richtig, richtig gut. Und das war's. Klaus hält 102 Erfahrungspunkte und Level 12. Sehr schön. So. Gucken wir mal, wer du bist hier. Hä? Welche Art von Pokéball benutzt du? Warum konnten wir eben an dem vorbeifahren? Hä? Oh, ein Vogelfänger. Vogelfänger Otto möchte kämpfen. Schickt Chops in den Kamm. Chopsi. Los, Klaus. Alles klar, Eisshieb. Tschüss, Mann. Vogelfänger setzt Tauboga ein. Und Taubus. Oh, Level 14. So. Und wie gesagt, auch bei Abra, wir haben es ja so eingestellt, dass sich Pokémon, die sich eigentlich in Anführungszeichen unmöglich entwickeln, auf Level 37 entwickeln. Und bei Stalos und bei Xerox und so ist das ein bisschen anders. Zum Beispiel entwickelt sich ein... Äh... Mist, nicht schnell genug. DDN-X hält 336. Ähm, zum Beispiel entwickelt sich halt auch, ähm, ein... Flecken wir uns zu einem Laschet King, in dem man ihm einen Wasserstein gibt. Gar nicht mal schlecht. TM04, was ist das denn? Walzer. Okay, Walzer. Müssen wir mal gucken. Müssen wir einmal schauen. Oh, yeah, das müssen wir mal gucken. Klaus, du bist da... Klaus. Wir flüchten einmal. So. Jetzt könnten wir den ganzen Nationalpark skippen, das machen wir aber mal nicht. Äh, Käfer-Turnier gibt's, glaube ich, auch nicht. Die Turniere werden hier im Park abgehalten. Jawohl. So. Und schon sind wir im Park hier. Hm, 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 hm. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Und jetzt bekommen wir die Flinkklaue. Sehr schön. Auch ein cooles Item. Jawohl. Genau. Manchmal dürfen wir durch die Flinkklaue als erstes angreifen. Auch kein schlechtes Item. Das geben wir auch gleich mal jemandem. Und zwar... Ja, dem Specki. Warum nicht? Gib Specki die Flinkklaue. Perfekt. Und weiter geht's. Bevor wir aber hier die Träne alle machen. Einmal etwas hoch. Oh, yeah, ist das toll. Warte mal, wie war das denn nochmal? Wie kommt man denn hier nochmal hoch? Irgendwie ist man doch da reingekommen. Da. Hier fehlt der Zaun. Der, der nix findet, Paraheiler. So. Jetzt geht's ein bisschen weiter runter. So. Jetzt fahren wir runter. Und hier gibt es TM28. Und wir wissen alle, was TM28 ist. Und zwar ist das... Und zwar ist das... Ne richtig gute Attacke. Oh, yeah, eh, 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 eh. Bam, 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 bam. Dö, 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 dö. Direkt natürlich Aaron versucht, Schaufler zu erlernen. Aber Aaron kann nicht mehr als vier Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Schaufler vergessen werden? Welcher Attacke soll vergessen werden? Lehnschelle. Oh, yeah, eh, 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 eh. Ihr findet Hübeheiler. Sehr schön. So, Leute, und jetzt zeige ich euch was, was euer... Ja. Wie sagt man dazu? Was euren, glaube ich, konnte es früher als kleines Kind auch nicht glauben. Wie ich das das erste Mal gesehen habe. Aber, Leute. Fupala. Vorbeigefahren. Vorbeigefahren. Oh, raus mit uns. So, schaut euch das an. Pokémon. Carsten. Zerschneider. Carsten setzt den Zerschneider ein. Du kannst hier das Gras cutten. Ich glaube, auch weiter geht es nicht mehr. Carsten setzt den Zerschneider ein. Doch, du kannst es komplett wegmachen. Habt ihr das gesehen? Das ist doch der Wahnsinn, Leute, oder? Oh mein Gott. So, schauen wir mal, was jetzt für ein Pokémon uns hier überrascht. Ein Surfcon. Level 10. Los, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Ich glaube, Zerschneider ist klausophobisch. So. Das heißt, er hat Angst vor Leuten, die Klaus häusen. Donnerschlag. Klaus. Klaus, 102 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wer bist du denn? Meine Pokémon sind so niedlich. Ich möchte sie dir zeigen. Ja, der ist. Döp, 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 döp. Oh mein Gott. Pogo-Fan im Guard möchte kämpfen. Schickt Schnobel in den Kampf. Schnobel. Klaus. Klaus. Und dann kann man hier halt nochmal komplett leveln. Und dafür ist halt diese komplette Dings dann halt gedacht. Deswegen sind die Trainer auch noch nicht ganz so stark. Nur, dass ihr darüber Bescheid wisst. Nicht, dass ihr euch jetzt so nicht hält. Sind die Trainer nur auf Level 14. Geht's nicht hoch irgendwie noch mit dem Level? Doch, es geht noch hoch. Aber das dauert noch ein bisschen. So. Pogo-Fan im Guard wurde besiegt. Ich kann nicht vielleicht den Kampf besiegen. Aber meine sind viel süßer. Halt, da ist noch jemand. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Guck sie dir an. Geremonika möchte kämpfen. Schickt Myraplan in den Kampf. Myraplan. Close, close. I see. Down. Gere setzt Dragosso ein. Nein, wir möchten nicht wechseln. Dragosso. Der Sprite sieht richtig cool aus. Aber Dragosso, du hast glaube ich auch eine schlechte Spezialverteilung. Oh Gott. Nein, Klaus. Nein. Klaus wurde besiegt. Okay, das heißt, wir müssen nochmal kurz zurück. Janus Engel, komm raus. Janus Engel. So. Bärms, Level 17. Für Janus. Geremonika wurde besiegt. Wir gehen nochmal kurz zurück und machen unsere Pokémon frisch. Denn das ist sehr cool und es riecht nicht nach Fisch. Düm, 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 düm. Oh. Fahrradladen. Hi, DDNX. Unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Oh, Dankeschön. Du, 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 du. So, und wieder in Ducatia City. Oh yeah. Die größte Stadt in Kanto, äh, in Jotto. So. In Kanto ist es ja Saffronia City. Düm, 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 düm. Sehr schön. Vielen Dank, deine Pokémon sind wieder toppe Fitte. Alles klar, wir gehen weiter. Ey, mach Platz. So, hoch mit uns. Und. So, gucken wir mal weiter. Wo sind wir denn noch? Geh, schna. Wo sind wir noch, Geh, schna. Gott. Dum, 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 dum. Sofkorn. Close. Feuerschlag. Perfektor. Ach, die Pokémon-Welt bietet dir viel. Es gibt noch viele Dinge, über die wir nichts wissen. Aber ich weiß mehr als du. Ja, wegen der VM-Sklaven überlege ich gerade schon die ganze Zeit. Aber ich denke mal, wir werden uns einen fangen müssen. Schuljunge Julius möchte kämpfen. Schuljunge Julius schickt Mirblei in den Kampf. Ja, weil das Problem ist einfach an der Sache. Es gibt hier drei Wasser-VMs, die man auch braucht. Das ist zum einen Surfer, klar. Das ist auch eine sehr starke Attacke. Die kriegt auch auf jeden Fall unser Specki. Dann gibt es aber auch noch Kaskade. Und es gibt noch Whirlpool. Und wenn ich das alles natürlich drei im Specki... Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt alles drei lernen kann. Das ihm... Äh... Ja, beibringe. Dann hätte er noch einen freien Platz. Hm, schwierig. Weil ich wollte ihm eigentlich dann noch Psychokinese beibringen. Wenn er es lernen sollte. Und, äh... Eventuell Eisheap. Aber das wird ja dann nicht mehr gehen, sag ich mal. Müssen wir mal gucken. Wie wir das dann am besten machen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und tschüss, man. Perfekto. Sehr gut, Aaron. Uh. Level 21. Perfekt. Schuljunge Julius wurde besiegt. Ah, wa, 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 was? Tja. Ciao, Boss. Close. Donnerschlag. Tschüss. Sehr schön. Ah, hier gibt es auch einen Pokémon. Pokémon-Fan, hab ich's doch ge-bo-oh-st. Oh yeah, ein Willis-Affkorn. Close. Feuerschlag. Down. Sehr schön. Oh, wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Was macht eben den wahren Fan aus? Ich überlege sogar, ob ich das Team nochmal umstelle und dass eventuell sogar unser Tornukdo raus... äh, also unser Iglava rausfliegt, aber das muss ich nochmal gucken. Pokofan Wilhelm möchte kämpfen. Schickte Raichu. Raichu! In den Kampf. Loll. Wird einfach ein Raichu. Bitte. Aron. Los, Aron. Aron. Raichu setzt Donnerblitz ein. Hahaha, Schaufler. Tschüss, Raichu. Oh. Ist das One-Hit-Wonder? Was? Mehr als das. Was ein One-Hit-Wonder. Klaus erreicht Level 16. Oh mein Gott. Aron. Speziell 274 EP. Und Pokofan Wilhelm wurde besiegt. Meine Pokémon. Hey, Klaus entwickelt sich schon. What the? Bum, 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 bum. Dö, düm, düm, düm. Zu... Kadabra. Abra wurde zu Kadabra. Dann Klaus wurde zu Kadabra. Und es lernt jetzt Konfusion. Klaus versucht Konfusion zu erlernen. Aber Klaus kann nicht mehr als vier Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Konfusion vergessen werden. Welche Attacke soll vergessen werden? Und wir nehmen natürlich Teleport. Eins, zwei und schwuppel. Klaus hat Teleport vergessen. Und Klaus erlert Konfusion. Oh, geil. So, weiter geht's. Weiter geht es hier. Wir hätten jetzt auch, wie gesagt, den ganzen Park abkürzen können. Aber warum sollen wir das denn machen? Leute, warum sollen wir das denn machen? Oh. Ich werde jetzt seine Gedanken lesen. Nein, wirst du nicht. Oh mein Gott. Psycho-Jacques möchte kämpfen. Psycho-Jacques schickt Abra in den Kampf. Arrra. Los Klaus. Kadabra. Eisüb. Na, war doch gut. Blitz. Okay. Klaus-Genauigkeit sind Konfusion. Oh. Blitz. Schluck Fehl. Nochmal Konfusion. Tschüss. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Abra. Noch ein Abra. Moment mal. Wir haben noch genau den richtigen Affe. Janus Engel, komm raus. Janus Engel. Da kommt der. Wie ein Engel angeflogen. Grazil. Elfen gleich. Janus Engels Attack ging daneben. Komm, Janus Engel. Der Blitztrainer. Alter. Janus. So, komm Janus Engel. Bams, bams. Sehr schön. Nochmal Biss. Komm Janus. Ich glaube an dich. Ich wurde nicht enttäuscht. Sehr schön. Und Kadabra. Okay. Kadabra kann aber 100 pro schon. Konfusion. Deswegen gehen wir mal auf Aaron. Mit Elfie kann den Kadabra 15 haben. Mausen Schüter. Kopf Nose. One Hit. Oh. Kadabra ist ausgeglichen. Aber mach mein To-Hit draus. Kadabra hat eine übelst schlechte... Ja. Defensivverteidigung. Psycho-Shack wurde besiegt. Ah, ich hab mich wohl bei dir verlesen. Tja. Das glaube ich auch. Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Oh mein Gott. Schuljunge Holger möchte kämpfen. Schuljunge Holger schickt Tangela in den Kampf. Spaghetti Monster. Ich mag aber nicht so gut Spaghetti. Da kann man sich zu arg dran verschlucken. One Hit Wonder. Oh, Klaus erreicht Level 17. Sehr schön. Schuljunge Holger wurde besiegt. Ups, ein Fehler in der Berechnung. Tja, das glaube ich wohl auch. Ach komm, wir machen noch den Baum. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Shigikanne einsetzen? Jawohl. Der nächste benutzt die Shigikanne. Der merkwürdige Baum mag die Shigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Und zwar kommt er als ein Mogebaum. Möge, Möge, Möge Baum. Ein wildes Mogelbaum. Okay, wollen wir es one-hitten? Oh, es heet. Vierfachschwäsche, Gestein. Oh, what the fuck. Vtf. Vtf. Warum zieht das so wenig mal ab? Ist Mogelbaum nicht Gestein? Pflanze? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Äh, äh, äh. Oh, wie peinlich. Wie peinlich. Mogebaum benutzt IC. Hm. Mach ich mal kurz Feuer schlagen. Guck mal. Ob das besser ist. Tschüss. Tschüss. Die Attacke ist nicht so effektiv. Tschüss, Mogelbaum. Und ich verabschiede mich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Gold. Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.